Sie sind mir vor ein paar Minuten darauf angesprochen worden, von einer jungen Syrerin, ob sie ganz kurz was sagen dürfte. Das ist die Maria Absi und ich sage die Zeit, die ein, zwei Minuten, die nehmen wir uns auf jeden Fall. Bitte. Hallo, ich danke euch alle, die haben schon hier mich gehört. Ich bin seit zwei Jahren hier in Deutschland, bin in Absi Maria, auf Syrien. Und dann habe ich alles entsprochen, genau, ob unser Krieg ist und einfach möchte ich euch bedanken, der Frau Merkel auch Danke sagen, die Deutschland, denn alle hat uns geholfen, denn alle Flüchtlinge da in Deutschland, die haben keine Wohnung, kein Essen und so. Und die wollen einfach Meinung haben und den Kindern, alle Kinder hier aufpassen und so. Und deswegen bin ich ja da hier einfach. Danke für alle Deutschland hier. Sie ist das beste, beste europäische Land hier, ist die Deutschland. Dankeschön.